Laut Schätzungen des Bundesfinanzministeriums werden in Deutschland jährlich bis zu 100 Milliarden Euro an Geld illegal gewaschen. Aber was ist Geldwäsche überhaupt? Wie funktioniert es und welchen Einfluss hat es auf uns als Privatanleger? Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute werden wir uns einmal anschauen, was denn genau Geldwäsche ist, wie Geldwäsche funktioniert und welchen Einfluss es auf die Bankregulatorien hat und somit indirekt auch auf uns als Privatanleger. Schauen wir uns zunächst einmal eine Definition an. Geldwäsche sind finanzielle Transaktionen, die darauf ausgelegt sind, die Herkunft und Existenz von Geld oder anderen Vermögenswerten aus illegalen Transaktionen zu verstecken, zu verschleiern und dann wieder in den normalen Wirtschaftskreislauf einzuführen. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet das nichts anderes, als dass es das Ziel der Geldwäsche ist, die Herkunft von illegalem Geld, wie zum Beispiel aus dem Drogenhandel, aus illegaler Prostitution oder Erpressungen, zu verschleiern. Das Ziel ist es also zu verstecken, wo das Geld herkommt und es dann anschließend wieder in unseren normalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. Hat ein Erpresser zum Beispiel durch eine Erpressung Geld verdient oder ein Politiker wurde geschmiert, dann ist das illegales Geld und befindet sich außerhalb unseres normalen Wirtschaftskreislaufs. Wenn der Erpresser oder der Politiker diese größeren Geldsummen jetzt einfach auf ihr Konto einzahlen, wird die Bank misstrauisch werden und es werden Fragen gestellt werden, wo denn das Geld herkommt. Die Bank wird dann verpflichtet, seine Polizei einzuschalten, die dann ein Ermittlungsverfahren einleitet und wer wahrscheinlich herausfinden wird, dass der Ursprung des Geldes illegal ist. Die Erfindung des Geldwaschens geht übrigens auf Al Capone, den bekannten Kriminellen und Mafiosi aus den USA zurück. Er wollte das Geld, das er illegal verdient hat, zum Beispiel durch Prostitution, Alkoholschmuggel oder Drogenhandel in den normalen Wirtschaftskreislauf einfliegen lassen und legale Investitionen in Unternehmen oder Immobilien tätigen. Um das zu tun, hat er sich jede Menge Waschsalons gekauft, in die er sein illegal verdientes Geld hat einfließen lassen. Aus diesem Hintergrund stammt auch der Ausdruck Geld waschen. Geldwäsche ist übrigens der gegenteilige Gedanke von Steuerhinterziehung. Bei Geldwäsche möchte ich illegal verdientes Geld in den legalen Kreislauf hineinbringen und bei der Steuerhinterziehung möchte ich legal verdientes Geld an Finanzamt vorbeischmuggeln, um keine Steuern zahlen zu müssen. Kommen wir aber noch einmal auf das Thema Geldwäsche zurück und schauen uns an, welche Schritte notwendig sind, um illegal gewonnenes Geld in den legalen Wirtschaftskreislauf einzubringen. Hier gibt es nahezu unendlich viele Varianten, da die Kreativität derjenigen, die Geld waschen möchten, quasi unerschöpflich ist. Grundsätzlich lässt sich diese Aktivität aber meistens in drei Schritte aufteilen. Die erste Phase ist das sogenannte Placement bzw. die Einspeisung. Das Ziel dieser Stufe ist es, das illegal gewordene Geld auf verschiedene Konten einzuzahlen und aus Bargeld Buchgeld zu machen. Hierzu gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Das Geld kann zum Beispiel mit einer legalen Aktivität vermischt werden. Hierzu werden häufig Casinos, Waschsalons, Wechselstuben oder auch Restaurants genutzt. Wie funktioniert das in der Praxis? Gehen wir davon aus, ihr würdet mit Hilfe eines Restaurants gerne Geld waschen. Ihr seid Besitzer eines Restaurants, was nicht besonders gut läuft, was zwischen 5 und 10 Kunden am Abend hat, bei weitem nicht genug, um eure Kosten zu decken und ein profitables Geschäft zu haben. Trotzdem habt ihr am Ende des Monats mehrere 10.000 bis 100.000 Euro Umsatz. Ihr nehmt also zum legalen Gastronomiegeschäft noch euer illegal verdientes Geld hinzu und vermischt es, sodass es aussieht, dass ihr ein sehr gut laufendes Restaurant habt. In eurer Abschlussbilanz gebt ihr auch an, dass ihr ein gut laufendes Restaurant habt, was mehrere 10.000 bis 100.000 Euro im Monat an Umsatz verdient. Die Frage, wo denn das Geld herkommt, ist schnell beantwortet. Ihr habt sehr, sehr viele Kunden, die Bar zahlen. Da die meisten Geldwäscheaktivitäten aber gerade in dieser ersten Stufe aufliegen, weil sie auch am offensichtlichsten sind, ist hier auch das höchste Risiko für den Geldwäscher. Eine solche Aktivität, wie wir sie gerade mit dem Restaurant beschrieben haben, könnte dem Finanzamt relativ schnell auffallen. Von daher konzentrieren sich Geldwäscher darauf, ihr Geld in möglichst viele solche Aktivitäten aufzuteilen, um es möglichst undurchsichtig zu gestalten. Eine weitere, etwas komplexere Lösung ist es, sein Geld ins Ausland zu transferieren, eine Firma in Deutschland zu haben, die dann einer ausländischen Scheinfirma eine Rechnung stellt. Dieser Scheinfirma schreibt ihr dann von eurer Firma A in Deutschland aus, eine große Rechnung über eine Dienstleistung, die nie stattgefunden hat, wie z.B. eine Beratungsdienstleistung. Somit macht ihr mit Firma A einen legalen Umsatz mit einer fiktiven Firma, was aber nicht nachweisbar ist. Eine weitere Methode des Placements ist das sogenannte Smurfing. Die Strategie hier hinter ist es, den illegal gewonnenen Geldbetrag in möglichst kleine Geldbeträge aufzusplitten und in ganz verschiedene Konten einzuzahlen. Es gibt gewisse Bargeld-Einzahlungsgrenzen, bei denen Banken verpflichtet sind, diese zu melden. Sie müssen dann also z.B. der Polizei melden, dass ein Betrag in einer gewissen Höhe eingezahlt wurde und müssen nachfragen, wo denn dieses Geld herkommt. Um diesen unangenehmen Fragen zu entgehen, wird der große Geldbetrag in viele kleine Beträge aufgeteilt und auf verschiedene Konten einbezahlt. Das ist natürlich sehr aufwendig und man bedeutet viel Zeit und Komplizen. Eine weitere Möglichkeit des Placements ist das sogenannte Structuring. Hierbei wird mit illegalem Geld Luxusgüter wie z.B. teure Sportwagen oder Kunstwerke gekauft, diese dann außer Land gebracht und dort wieder verkauft. Die zweite Phase bei der Geldwäsche ist die sogenannte Layering-Phase, die dazu dient, zu verschleiern und zu verwirren. Das Ziel ist es, den sogenannten Paper-Trail, also den Belegpfad, zu durchbrechen und das Geld möglichst zu anonymisieren und es unmöglich zu machen, herauszufinden, welcher der Ursprung des Geldes ist. Hierzu werden jede Menge möglichst komplizierter Transaktionen von einem Bankkonto auf das andere häufig über verschiedene Ländergrenzen hinweg durchgeführt. Häufig bedient man sich an dieser Stelle auch der Hilfe von Drittpersonen, wie z.B. von Leuten, die ein Berufsgeheimnis haben, wie z.B. Anwälte und Notare oder von verschiedenen Scheinfirmen überall auf der Welt verteilt. Eine besondere Rolle kommt aus sogenannten Offshore-Plätzen, wie z.B. Panama, Hongkong oder diversen kleinen Inseln, die zum Vereinigten Königreich gehören zu. Die dritte Phase ist die sogenannte Integrations- oder Recyclingphase. Das Ziel von dieser ist es, das Geld wieder in den legalen Geldkreislauf einzubringen, sodass man dem Geld keine andere Herkunft mehr zuweisen kann, als von legalen und steuerpflichtigen Aktivitäten. Zur Integrierung in den legalen Geldkreislauf wird jetzt in Aktivitäten investiert, die gewisse Synergieeffekte mit der kriminellen Aktivität haben und einen hohen Bargeldaufwand benötigen. Hierzu können z.B. weitere Wechselstuben, weitere Casinos oder Restaurants gekauft werden. Was ebenfalls beobachtet wurde, ist, dass vermehrt Geld in Pharmazie- und Chemielabore investiert wurde, um dort versteckt Drogen herstellen zu können. Eine weitere Methode zur Reintegration ist es, Vermögenswerte über- oder unterzubewerten. Nehmen wir z.B. an, eine Person, die Geld reintegrieren möchte, kauft eine Immobilie, die eigentlich einen Wert von 2 Millionen hat. Sie zahlt für diese Immobilie aber nur eine Million offiziell und drückt dem Käufer ein kleines Köfferchen mit einer weiteren Million unter dem Tisch in die Hand. Auf dem Papier wurde diese Immobilie also für eine Million gekauft. Diese Immobilie wird jetzt etwas saniert und einige Jahre gehalten und nach dieser Zeit dann auch wieder verkauft. Der Verkaufspreis des Objektes beträgt jetzt aber 2,5 Millionen, da durch die Renovierungsarbeiten der Wert etwas gestiegen ist. Auf dem Papier hat der Geldwäscher jetzt 1,5 Millionen Profit gemacht, die er versteuert und dann ganz legal auf seinem Bankkonto besitzt. Eine weitere Reintegrationsmethode ist die sogenannte Lone-Back-Methode. Hierzu werden Vermögenswerte einer Bank im Ausland anvertraut, die dann wiederum einen Kredit an unseren in Deutschland ansässigen Geldwäscher herausgibt. Sein eigenes Geld hat der Geldwäscher dann in Form eines legalen und sauberen Kredites. Ihr seht also, dass der Kreativität an dieser Stelle keine Grenzen gesetzt sind und Geldwäscher ständig im Wettlauf gegen die Regulatorien und gegen die Aufsichtsbehörden sind. Natürlich wird eine solche Aktivität nicht einfach von Staaten toleriert. Es gibt zig internationale Institutionen und Kooperationen, die den Zweck haben, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufzudecken. 1993 wurde das erste Geldwäschegesetz in Deutschland verabschiedet. 2008 wurde es dann nochmal überarbeitet und nun die sogenannte Terrorismusfinanzierung ergänzt. Die Geldwäschegesetze haben auch darauf Einfluss, wie Banken mit uns Privatkunden umgehen. Sie sind zum Beispiel dazu verpflichtet, bei Kontoeröffnungen eine Person oder ein Unternehmen zu identifizieren. Ihr könnt deswegen in Deutschland kein Konto mehr aufmachen, ohne nachzuweisen, zum Beispiel mit eurem Personalausweis oder eurem Reisepass, wer ihr tatsächlich seid. Darüber hinaus müsst ihr die Geldwäschebestimmungen der Bank unterschreiben und die Bank ist dazu verpflichtet, zu melden, wenn es suspekte Transaktionen auf euren Konten gibt. Indikatoren für Geldwäsche sind zum Beispiel viele Konten, hohe Bargeldeinzahlungen, Lagerungen von Bargeld bzw. Mitführung von Bargeld, Geldtransporte und das Akzeptieren von schlechten Konditionen bei der Geldanlage. Dass schlechte Konditionen bei der Geldanlage akzeptiert werden, kann daran liegen, dass Geldwäscher einfach ihren Banker guten Gemütes stimmen wollen, der eine hohe Marge hat und somit nicht besonders motiviert ist, diesen Geldwäschefall zu melden. Bei höheren Bargeldeinzahlungen ist die Bank sogar verpflichtet, das an das Finanzamt zu melden. Diese Prinzipien sind auch als Know-Your-Customer, also Kenne-dein-Kunden-Prinzipien bekannt. Sie gelten nicht nur für Banken, sondern auch für vertrauenswürdige Personen wie zum Beispiel Notare oder Anwälte, die ein gewisses Berufsgeheimnis haben. Aber auch Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sind dazu angehalten, diese Prinzipien zu befolgen. Das war's auch schon zum Thema Geldwäsche. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video interessant und informativ. Schreibt uns doch einmal in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt und gebt uns doch ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Finanzprodukte, Geldanlage und Anlagestrategie, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Wir wollen dir helfen, deine Finanzen im Griff zu haben und unabhängig von Beratern Entscheidungen treffen zu können. Jede Woche laden wir neue Videos hoch. Abonnier uns, um keins mehr zu verpassen und verlinke dich doch auch mit uns auf unseren Social Media Profilen.